wir starten in 3 2 1 go ich sag nicht hallo 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 da sind wir wieder begrüßen euch und diesmal wie ihr seht haben wir uns entschieden nicht mehr heraus zu schwimmen aus folgenden grund wir haben die map schon mal vielleicht ein bisschen abgesucht und festgestellt da ist nichts relativ sich also hallo hallo ok wird jetzt wir ganz entspannt in der bodo zurück und dann dann bauen wir unsere heute weiter und wenn die abenteuer weiter ich bin der führer führt euch durchs gewollt dunkel wird man lassen dass man nicht mehr time auf null setzen das ist dann wie blöd was soll der scheiß bodo ich wollte mich verstecken nur noch 500 meter verrückt mich nicht so richtig usain bolt spielt jetzt bei manchester united usain bolt ja usain bolt ja der usain bolt der spielt jetzt darf ein menschen reitet so wie ich jetzt mitbekommen mit dem testspiel gegen real madrid mitspielen und dann entscheiden die ob er junge was will der schnellste man der welt beim fußballverein der ja junge das hat dann schon mal die schnelligkeit kann aber was weil irgendwas man kann weiß ich ja nicht nur weg ist dazu müssen dazu müssen sich ansehen aua 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 ok das ist ja so folge 25 hier ist heute irgendwas besonderes so oder heute vor 35 jahren ja ist die voyager 1 gestartet um das sonnensystem zu erkunden echt ja was das gelegen google nach wie heute in der schule also nicht heute in der schule sondern moment muss ich rechnen heute ist der tag das heißt das ist vor drei tagen 43 vor drei tagen also hast du gelesen also heute ungefähr am 5 9 2012 habe ich gelesen dass am 5 9 1977 die voyager 1 gestartet ist ja glaubt dein einhörner ja du fliegst gerade bei mir was mache ich schwebst in der luft hier kann hier richtig geil chunk fehler hier ist hier ist eis schnee in der luft obwohl du bist du hier vorne aua habt ihr schon gesehen ich habe die mini map also nicht ihr sondern ich rede mit den zuschauen jetzt zeige ich oben rechts in der ecke da mini map da mini map richtig geil das ist praktisch weil es ja schon vorgekommen dass ich öfters mal den löffel abgegeben habe oder das eisenschwert oder das ja oder beides oder den eisenlöffel den eisenlöffel ja warte ich muss was essen bevor ich hier irgendwie verhungere sterbe ja damit ich auch immer weiß wo ich abgekratzt bin ich habe hier eine ritze gefunden und ich mag ritzen sind noch alles mag ich so war jetzt aus benny keine ahnung irgendwo in der richtung bin ich einfach rausgelaufen welche himmelsrichtung ist das denn norden ist unser zuhause woher soll ich das denn wissen bitte ich rede mit bodo bodo welche himmelsrichtung ist unser zuhause gut dann kann ich alleine weiteren ich glaube ich glaube völlig falsch aber das ist ja immer richtung norden rennen ja dann dürftest du nach hause kommen wenn ich hast du was falsch gemacht stellt sich bei mir nur die frage wo genau norden ist dort wo nicht süden ist was auch so das bin ich haus echt siehst du schon von hier ja ich sehe das ich sehe es auch schon nee dass alter was habt ihr denn da gebaut ist noch gar nicht aufgefallen dass mega teil dahin ist im aussehen ja diese diese dieser geile der geile gang nach unten davon unserem von unserem gemeinsamen haus so zur ernte maschine ach ja was man auch genau die treppe die ich gar nicht hinhaben wollte also pass mal auf im osten geht die sonne auf ja im süden nimmt sie ihren lauf ja im westen wird sie untergehen dann ist dann worden denn im norden ist sie nie zu sehen also ich glaube das kann sich aber minecraft nicht so benutzen doch junge ich habe zumindest dschungel gefunden gerade von den dschungel und dann müsste da rechts jetzt bist du komplett nicht vielleicht bis heute zurückgelaufen ich glaube ich werde meine ernte maschine fertig macht ich wer habe den kompletten zuschauer an richtig meine freunde habe letztes den zuschauer ich habe letztens eine zuschaueranfrage bekommen wie so eine ernte maschine funktioniert ja wenn du eine facebook page steigen würdest würden wir es dir auch sagen aber du bist leid zählen wir denn nicht schlimm ich habe nicht hat und dann wisst ihr alle wenig meine ja gut die hat dessen name nicht genannt werden darf das war aus harry potter ja also ich weiß wo in diesem spiel ist das nämlich so dass im süden die sonne aufgeht dass sie im norden untergeht und ich bin jetzt bei unserem zuhause schon wieder ist gut ich habe die sonne geht im westen unter nein in diesem spiel sie einfach im süden um die geht am 0 sind gerade die die sie geht die sonne die geht der westen und sie geht im westen unter er wenn die im süden auf geht ne die geht im süden unter nein die geht das redest du da die geht im westen unter das ist der westen in die richtung nach bau benny bau benny ja genau ich packe hier oben mal wieder unsere ganzen werner ist tolle sachen jetzt hat die sonne wäre aufgegangen kann ich wusste nicht mal in welche richtung ich laufen bin ich habe keine mini map ich weiß nicht wo ihr westen und was sonst was ist dann warum hast du keine minimap verletzt du sie zu installieren und cheater behindert nein das ist pass auf das ist gay gay ich kenne einer das erzählt so er findet total gay aber nutzt sie selber das ist und außerdem weiß ich nicht mal wie das geht von daher wollen wir mal schlafen gehen was soll das denn bitte hier wollen wir schlafen gehen weil die frage nein hör auf ey guck mal jetzt haben wir einen freund der schneit uns hier die ganze bude voll wo seid ihr denn wo seid ihr denn so coolie war wo sein wir sind alle in diesem haus drin ach oder da oben ich nenne ihn frank otze und schild kann uns angreifen nein was passiert wenn ich ihn anfasse schlägt er mich dann kuli was das war kurz schlafen gehen ich gehe mal schlafen the version of craft bucket that is server is running is out of date please konzider updating is to the latest version at the elp.bucket.org herzlichen glückwunsch könnten ihr mal bitte schlafen gehen ja ich suche gerade essen junge das kannst du auch morgen machen also morgen ist auch noch ein tag genau morgen ist auch noch ein tag leg dich hin oh mein gott er ist mir übers gesicht geht mir auch böse ich habe angst vor dem alter jucke vergewaltigt mich angefasst als stellen wo ich noch nie angefasst wurde mhm oh gulliver darf ich den töten ne bist aber so ein heißer kerl ey ne ne guck mal wie er mich anguckt ist aber gleich kratzen müssen wie du viele ist hier oben irgendwo essen ne alter was können die kisten auch mal vielleicht namen bekommen dass ich auch weiß wo ich was hinpacken muss ne musst du reingucken boah wo haben wir das ganze holz hier ach das habe ich ja gesammelt ich weiß ehrlich gesagt hat nicht so recht was ich machen soll hier ne boah geil ich habe jetzt schon mein haus und da ist eine spinne und die woher warum ist gulliver hier oben wo das ist neuer das ist gulliver 2 jetzt soll ich ja nicht alles voll schneiden doch das war cool so können wir schnee sammeln ja ich hab ja alles dreck der kackt hier überall hin wir haben auch gar kein schneebium vor der haus oder sowas aber irgendwann ist auch der ganze schnee weg Junge ich will hier nicht die ganze seine scheiße weg machen ich finde es schön wenn hier so ein bisschen schnee ist bin ich seine putzfrau jetzt schon boah geil könnt ihr richtig viel schnee farm ich brauche eine schneekiste die mache ich hier links ne mache ich nicht hier ist eine freie kiste da packe ich den ganzen schnee rein also wenn ich morgen krank bin dann ist das dann ist das eure schuld und ich meine ist klar was schuld nein der wieso meine schuld junge der junge wenn 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 ihr so und so 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 ein Affen da rein baut hier ja ich mache das ja nicht alter das ist keine affe ist ein schneemann ich hab den ja nicht gebaut also lassen wir wirklich mal im winter so ein schneemann bauen der so aussieht wer genau der kackt auch immer schnell läuft uns hinterher und stelle mir vor die schule krabbelt uns über das gesicht geiler um ist ein skelett und ich habe nichts mehr zu essen was haben wir eigentlich hier für eine im ofen ist essen und das sagt man mir jetzt erst wenn ich ja mal gucken können erst mal sagen können so scheiße die sonne geht hier im osten auf und im westen nimmt sie ihren lauf beziehungsweise geht sie unter boah ey ja dort wusste ich ja nicht ich habe ja keiner mehr hier stirb schneemann stirb alter der kann von der krieg von schnee bei den damage das ist ein bisschen komisch der ist wenn die kämpfen dann gehen die richtig ab die schleudern so viele schneewelle du musst mal im creative modus ganz viele von denen gegen zombies kämpfen lassen aber das geht richtig ab du greifen die auch creeper an ja die greifen alles an das ist richtig hardcore wir müssen ein einziges bauen ist nur scheiße wenn ein creeper kommt ja dann macht ich weiß nicht was ich will mein haus noch fertig bauen ich habe aber kein holz irgendwie so recht haben wir hier oben noch irgendwo holz du brauchst dschungelholz oder ja ich hab nur eichenholz ich will tiere hier mal holen also hier war doch das holz drinnen neck ich kann ja eichenholz geben nein ich will kein eichelholz haben ja dann habe ich kein holz aber irgendwo hatte ich doch noch holz abgepackt hast du das nicht schon alles benutzt oder in deinem haus vielleicht benutzt heißt das benutzt guckt ja doch immer regelmäßig formel 1 ist mir zu früh um 14 uhr zu früh ich weiß nicht das läuft doch am wochenende auch immer schon um 7 ja das südkorea und japan meistens ja und australien und australien usa dieses jahr auch finde ich richtig geil ich fand aber hier belgien war richtig geil das hat gar nichts übertroffen das hat alles übertroffen meine ich habe ich nicht gedacht dass das war ein war richtig episch ich bin hier gerade auf einem scharfschützen platz auf einem sniper platz und guck bodo an und werde ihn gleich umbringen mich siehst du auch glaube ich von hier ja ja küsst meinen arsch kommt schon der nächste glaubt da den osterhasen ja ich glaube an alle außer an haha bodo du hast damage bekommen wir haben vielleicht habt ihr in die kommentaren gelesen von einer person die hat gefragt habt ihr in dem video möller gesagt ich habe unter video nummer 21 findet ihr das also falls diese person nicht möchte dass man seinen richtigen namen oder so dann sollte man auf seine user nehmen achten wir bitten um aufmerksamkeit halt ich liest mir doch keine kommentare durch ich bin so fähig ich brauche das gar nicht genau also ich würde es aber trotzdem mal geil finden wenn jemand die kommentare schreiben würde was wir bauen weil irgendwie habe ich gerade ein bisschen viel freizeit und keine ahnung was ich bauen soll also was die fans in den kommentaren schreiben sollen oder was ja keine ahnung baut eine kirche oder baut eine formel einstrecke oder so eine kirche hast gelitten in formel einstrecke das ist eine geile idee aber kirchen sehen geil aus wenn man die in minecraft gut baut ja gut ja gut die kathedrale sollen habe ich ja auch wenn du dir aus dreck und holz bauen muss das nicht mehr so geil aus ich baue eine kirche aus jungen ich habe die maus koppel sondern das war ein kreativ modus sonst hätte ich nicht schuld dazu das ist ja dann okay ich bin wieder beim haus vielleicht ist will mir jemand helfen ich weiß ja wie ich weiter bauen soll aber ich habe ich war das teil so nicht aussehen lassen wie bennys hier mit so einem coolen dach drauf und dann ich brauche sand habe ich habe noch glas immerhin etwas ich habe ich noch mehr glas wo es ja alles passiert ist ohne meine anwesenheit mehr glas also glas aus dem meer cool ich hätte auch gern mehr glas kennt ihr schon würde die mir bitte ein blasen und nieren zählen machen oder so holen